Das Theater Augsburg ist umgezogen heuer. Wir mussten das große Haus leider schließen aus Brandschutzgründen und hatten ganz schwierige Situationen. Jetzt spielt das Theater Augsburg an verschiedenen Spielstätten, zum Beispiel im Martini Park oder im Kongress am Park und an anderen Orten. Und die Theaterleute schmeißen sich mächtig ins Zeug, damit es weitergeht mit dem Theater Augsburg. Und es geht weiter. Wir wissen, dass wir mit Hilfe des Freistaats Bayern die Sanierung hinbekommen. Das wird ein paar Jahre dauern, bis wir durch sind damit. Aber wir haben auch gelernt aus dem ganzen Vorgang und dem Wechselbad der Gefühle letzten Jahres. Wir brauchen einen kritischen Dialog für das Theater der Zukunft und das gehen wir kraftvoll an.